Es war einmal ein sehr hässliches Entlein. Das ist das hässlichste Entlein, das ich je gesehen habe. Mama! Die sehen schön aus. Was verstehst du denn von schön, du Monster? Aber ein liebender Vater. Der Kleine hat Talent. Eins und zwei und drei und Sprung und Dreh. Das ist ein Knaller! Erkennt ein wahres Talent. Tada! Sofort. Ansätze sind da. Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Eigentlich ist jeder von uns der... Wunderschön. Nein, jeder ist hässlich. Das hässliche Entlein und ich. Kinderkönig der Welt! Ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu sein. Erwachsen werden passiert nicht einfach so über Nacht. Aus einem kleinen hässlichen Entlein. Wer bist du? Ich bin Aki. Du bist hässlich, das sehe ich. Wird ein großes hässliches Entlein. Bis jetzt warst du hässlich, aber jetzt... Mit neun Freunden. Jesse. Und Freundinnen. Sieht ziemlich dünn aus. Du gehst als Erster. Warum? Nun, weil ich der Erwachsene bin und weil ich es sage. Warum? Warum, warum? Wenn mir was zustößt, wird es euch leid tun. Ah! 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 Ein wahrer Familienfilm mit Müttern. Bitte fressen Sie mich nicht. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Vätern. Mama! Könntest du mich wenigstens Papa nennen? Mama! Sag Ratso, verdammt! Verdammt! Vätern. Ratsum! Ratsum! Ernie? Vetter? Ernie? Sind wir wirklich verwandt? Ich hab ein Fell, du hast ein Fell. Wir sind beide Bildschirr. Und anderen Verwandten. Lass ihn frei, Felix. Kleine Fehleinschätzung. Ich gebe ihr die Befehle. Gestatten? Meine Familie. Oh, oh. Ah! Oh! Das hässliche Entlein und ich. Sie werden es nicht bereuen. Ab 24. August wird's ganz schön hässlich. Wenn sie sichtherin ... Sie werden es nicht bereits genauergew Crowd. Sie werden es nicht mehr Strengthen ampft.